so hallo ihr lieben auch mal jung gewesen und viele fehler gemacht meine arbeit findest du auf liebeschip.de lasst mir schön abo da für die mit meinem neues buch auskommt wenn ich eine 30 stehen haben und heute haben wir das schöne thema dating tipps für menschen in ihren zwanzigern oder noch davor hat mir immer welche geschrieben ob ich nicht mal extra content machen kann für jüngere menschen und ja eigentlich eine coole idee und ich habe einfach mal sechs tipps für dich tipp eins probier dich aus also nutzt wirklich diese zwanziger sie die nicht so mit 18 erwachsen und mit 21 muss ich schon weil sie nicht geheiratet haben und festen job haben und was weiß ich nutzt diese diese jahre von 18 bis sagen wir mal 30 nutzt die so als verlängertes erwachsen werden wo du einfach jeden scheiß mal machen kannst meinetwegen auch jeden fehler machen kannst dazu kommen wir gleich noch das natürlich trotzdem ein bisschen schützen soll aber probier dich aus leg dich nicht gleich fest probier mal diese beziehungsform aus oder jene also sei experimentell guck mal ob du straight bist oder bisschen bibel ist also gesellschaft bietet heute so viel möglichkeiten dass ja dass du da alles mögliche ausprobieren kannst ohne das war schon gleich der zweite tipp las konventionen los also denkt jetzt nicht was glaube ich aber glaubt das denken sowieso die generation z oder was das jetzt ist dass alles irgendwo gleichwertig ist du kannst offene beziehung leben du kannst freundschaft plus leben du kannst kommittete beziehungen leben also alles hat seine vor und nachteile und jetzt nur weil früher immer scheinbar stimmt ja auch gar nicht kommittete beziehungen gelebt wurden ist die auch nicht dass die unmodern sind oder so die haben tausend gute gründe wo man trotzdem ganz normale kommittete beziehungen lebt weil du musst dich nicht an den konventionen der gesellschaft langhangeln sie die sowieso alle eine nach der anderen zerbrechen das heißt aber auch nicht dass du neuen konventionen folgen muss die vielleicht irgendwelche internet bubbles dir vorschreiben dass du keine ahnung unbedingt genderfluid sein müsstest oder ich weiß nicht was also versuch wirklich alle konventionen egal ob das jetzt gesellschaftliche alte konventionen sind egal ob das konventionen irgendwelcher bubble sind wie du zu leben müsstest oder wie wie du zu kommunizieren hast dass das alles los und ja sie ist wirklich als seinen abenteuer spielplatz weil also ich sag mal die gewisse schwere kommt noch irgendwann rein das ist ja auch nicht so kann ich jetzt auch mit mit über 50 jetzt sagen ist ja nicht so dass man dass dieses ich die also dieses empfunden ich dass das alter das altert ja überhaupt nicht es ist einfach nur so auch auch wenn man älter aussieht das altert nicht ist einfach nur so dass was altern ausmacht ist einfach immer mehr verantwortung ins leben kommen du hast du nimmst verantwortung für andere menschen für vielleicht einen wichtigen job du übernimmst verantwortung für ja partner kinder eltern muss vielleicht eine ganz andere verantwortung für deinen körper übernehmen und so und das ist eigentlich was manchmal diese schwere reinbringt denke ich und nicht dieses altern an sich weil ja es vielleicht überraschend für menschen die jünger sind aber im kopf altert man überhaupt nicht so gut nächster punkt schütze dich natürlich ne also was auf dich auf dass ich mit 19 schon irgendwelche geschlechtskrankheiten hast also safe sex auch ja wie alles aufregend ist und so und nicht dass du schon ja mit mit 16 damit dienen muss irgendwie dass irgendjemand ein kind kriegt oder so also das ist einfach so eine nicht dass man das nicht auch ein schönes leben wäre aber es ist so ein ausbremsen klar wenn du es in deinem lebensplan ist unbedingt jung vater oder mutter zu werden aber prüft das wirklich weil häufig sind auch also unbewusste sachen da am werk gerade wenn man vielleicht nicht so geliebt worden ist in der kindheit dass man dann denkt das können einem jetzt kinder geben aber kinder sind einfach fucking anstrengend natürlich wunderbarste der welt aber trotzdem fucking anstrengend und ja kannst du vielleicht nicht so party machen in den zwanzigern und das hängt ihr dann dann kriegst du eine krasse lift mit life crisis und dann hängt das alles nach und dann trennst du dich und deswegen wieder kommen wir zurück punkt 1 nutzt wirklich die 20er um spaß zu haben wirklich ja dann sechster punkt laufen niemand hinterher das ist wirklich einer der wichtigsten tipps immer sagen natürlich älteren leuten auch aber es ist einfach ich weiß nicht man es einfach manchmal noch so dämlich wenn man jünger ist dass man immer meint das ist jetzt die große liebe und stellt jemand auf dem podest einfach nur weil dein selbstwert noch am wachsen ist und du dir nicht vorstellen kannst dass menschen total auf dich stehen ohne dass du dich anstrengen müsstest oder irgendwie sowas also wenn du irgendjemandem hinterher läufst dann läuft irgendwas falsch wenn du es immer wieder machst dann ja auch für dich nutzt einfach zum beispiel eine datingkurse oder so also wenn ich meine datingkurse gehabt hätte in meinen zwanzigern es wäre für mich einfach ein kompletter ich schwöre ist ein kompletter fucking game changer gewesen ich hätte es einfach so viel mehr genießen können ich hätte einfach diese toxischen beziehungen vor allem diese eine die ich hatte hätte ich nicht gehabt bin ich mir ganz sicher und ich hätte es einfach so viel also wenn ich dieses dieses wissen ich das damals gehabt hätte das denke ich so auf der ich hätte einfach sehr für mich echt nur party gewesen die ganze zeit und ja sei dir nicht zu schade gibt es ja auch sowieso viel im internet aber versucht ja wirklich gute programme zu nutzen und arbeit an deinen dating skills irgendwie wenn du immer wieder eine blöde datingsituation ist weil das gerade im bereich dating kann man mit wenigen sachen das komplette game verändern und das ist einfach zu geil so wo sind wir jetzt 1 2 3 4 5 6 habe hohe standards ja also du hast ja in den zwanzigern noch in aller regel das thema dass du natürlich ja muss man sich über aussehen was keine gedanken machen auf jedem podcasten deckel ist natürlich später auch aber da kommen natürlich schon noch mehr themen mit rein und du kannst hohe standards haben du musst nicht gleich ja irgendein nächstes besten nehmen und dem sieben acht jahre zusammen sagen sondern du kannst sagen hey das hat jetzt geklappt jetzt pack ich noch einen oben drauf jetzt hätte ich gern das würde ich gern das noch erleben geht alles müssen die gleiche richtung was ich hier sage sag hey das vielleicht geht ja noch mehr vielleicht kann ich noch mehr meinen die menschen daten die ich richtig hot findet cool findet oder kann dann lernen ja ist klar hot und cool ist fein aber auch noch toller charakter und so also pack immer noch einen oben drauf bleibt nicht stehen gehen wir weiter und letzter punkt nutze offline weil häufig bist du ja bist halt am studieren bist vielleicht am irgendwelchen ausbildungen jung im jobs gibt einfach so viele möglichkeiten offline zu daten und das ist einfach das fällt immer einfach so zu wenn man jung ist weil man einfach nicht so wie weiß ich nicht man man ist einfach offener wenn man jung ist weil man einfach nicht so viele enttäuschung erlebt hat und so vielen menschen aussortiert wie man das natürlich auch zu recht später macht weil man einfach weiß tut einem nicht gut aber nutze dieses frische wirklich menschen auch leicht offline kennenzulernen und zu daten und klar ich weiß dass es verfügbar ist einfach über dating apps zu gehen aber das ist wirklich wie ich weiß nicht jeden tag sich ein glas nutella reinschaufeln und dann sich wundern dass es seiner gesundheit nicht gut tut es ist einfach pizza und pommes es ist eine pseudo einfachheit aber du ja es ist einfach auch so ein träufelndes gift was für dich rein kippst du jeden tag wird das video jetzt sprengen wieso und warum kannst du meine anderen videos dazu angucken aber nutze wirklich offline weil es ist einfach die zeit im leben wo offline echt easy ist und jeder rechnet auch damit dass dass du neue verbindungen schaffst dass jemand dich anspricht dass du angesprochen wie es hat halt eine normalität wie es vielleicht nie wieder hat im leben und nutze offline in diesem sinne ja enjoy abenteuer spielplatz hier enjoy the twenties und die zeit davor und wir werden es wohl wieder sehen